Wie schnell lief unser Vorstandsvorsitzender, der Chef, Karl-Heinz Rummenigge, in seiner aktiven Zeit als Fußballer wie 100 Meter? Jetzt sagt es richtig gut. 10, 11, 2? Der Kalle war doch keine Schnecke. Ja! Die komplette Sendung mir stand dran, quasi der Director's Cut mit Mitchell Weiser und David Alaba, seht ihr natürlich wieder auf telekomfußball.de. Jetzt seid ihr dran. Mia Sandran, das FC Bayern Magazin exklusiv mit der Telekom.